Sie suchen den Nervenkitzel? Sie wollen Adrenalin? Überwinden Sie die höchste und längste Seilrutsche Deutschlands. Wir bieten Ihnen Parcours von leicht bis schwer und für unsere kleinen Abenteurer die Kinderparcours ab drei Jahren. Der Kletterwald Spessart bietet für jeden Anlass, für jeden Anspruch und für jede Altersgruppe ein Erlebnis der besonderen Art. Ein Ausflugsziel und Spaß für die ganze Familie. Kletterwald Spessart Heigenbrücken, ganz in ihrer Nähe. Ausgezeichnet als Fünf-Sterne-Kletterwald mit dem weltweit besten Sicherheitssystem.